Jedes Leben beginnt im Kleinen an. Denn egal ob gross oder klein, jedes Leben hat seinen Anfang im Samen. Hingabe und höchste Qualitätsansprüche sind dafür essentielle Grundlagen. Unserem kostbaren Saatgut wird die grösste Sorgfalt und Präzision gewidmet. Von hier aus nimmt das Saatgut seinen Weg, bis es in ihren Händen liegt. Nur so kann aus Kleinem Grosses entstehen. Ihre Hände, Ihre Leidenschaft, unser Beitrag Gartentüte von Ufa-Samen, damit Sie aus Kleinem Grosses vollbringen können. Gartentüte von Ufa-Samen, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung.